Ups So, lass den jetzt Ja Damit ich auch halt 15 Minuten hab und nicht immer so 18 Minuten und so, weißt du? Ja, aber Fraps teilt doch auch 2 Minuten, wie du sagst Ja, ja Er teilt ja nicht genau bei 15 Minuten Dann macht er immer, glaub so 4 Minuten oder so, immer ein Part lang Da sind die Spawner, hier irgendwo Au, jetzt mal ein Creeper Kannst du mir mal Pfeile geben? Da ist ein Creeper, ich hab ja da einen Spawner, ich hab einen Spawner gefunden Ja, ich auch Ah, diese behinderten Spinnen, man, die sind so scheiße schnell, da kommst du nicht weg, ey Alter, gib mal Pfeile Ich muss erst mal was essen jetzt Hast du was dabei? Achtung, Creeper Ja, chill, man Creeper sind voll nett Hier, warte, da Suppe Noch eine Suppe Warte, ich versuch hier die Stellung zu halten auf der Treppe, ja Ja, ja, geh, geh du weg Also geh, geh du was essen Wo hast du das denn hingeworfen? Ich hab, ich hab's wieder eingesammelt Ich kann's mir jetzt auch Pfeile geben Oh, Creeper So viel Pfeile hab ich nicht mehr Egal Gib mal ein paar Pfeile Da, liegen da auf der Treppe, da unten 20 Pfeile, du hast nicht mehr viele, genau Achtung Ja, ich hatte ursprünglich zwei 64er Stacks Weg da Ich bezeichne das als wenige Verhältnisse So, ich geh jetzt hier zu diesem Ich hab keine, du hast meine Pickaxe noch Ja, das ist schön Dann halte ich hier die Ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Hilfe Ja, ich Im Ernst Achtung Creeper Warte Nichts machen Fuck Na Oha Ja, wie viel sind das denn? Wo sind meine Sachen? Ich muss meine Sachen wiederhaben Ja, ja Boom Ich muss meine Sachen wiederhaben Wo sind meine Sachen? Die liegen da unten irgendwo Ich erzähl mal Irgendwas essen Oh, jetzt ist die so riesigen Krater Oder was, komm mal her jetzt Die liegen da beim Spawner liegen die Ja, ach, was sag ich doch Komm mal her Warte, Hilfe Vergessen, ich bin gleich tot Oha Wie viel sind das denn? Sie verarschen Ich bin auch gleich tot Wir müssen unbedingt diese scheiß Spawner ausschalten Sonst haben wir keine Chance Wir brauchen Einer Eisenschwetter Oh, saudringend Oder wir verzaubern unsere Steinschwerter Ja, haben wir so ein komisches Ding? Na, nö Das brauchen wir auch Obsidian, ne? Und Diamanten Also können wir das eigentlich vergessen? Aber man kann auch Diamanten hier finden, oder? Das sind diese Kann man, ja Aber die sind in einem der späteren Dungeons erst Ich bin gleich tot Meine Erfahrung Oha Müssen wir mal in der Lebensanzeige regenerieren Ja, komm, dann hilf mir jetzt Ja, ich habe nur noch drei Herzen Boom Boah, das kann man nicht gegen ankämpfen Alter, da sind so arschviele Spawner drin Gib mir meine Sachen wieder Ja, ich hab deine Sachen nicht Jetzt sagt Lust, die sind da unten Mit den ganzen Monstern in der Grube Schützig Also ich habe deine Sachen nicht aufgesammelt Ich bin gleich in der Lava Oh, ich bin in der Lava Oh, ne, doch nicht Ich renne einfach mal durch Ich lock sie alle in den Lava, lol Lass mich mal effektives Monster töten Aua, Mann Ihr kleinen Behinder Mir fehlen gar keine Worte Mir fehlen keine Worte ein, ey Für dieses Dilemma Hier, hier ist Eisen Hier ist ganz viel Eisen Dann versuch was abzubauen, damit wir uns Ein paar Eisensachen machen können Ja, ich hab keine Spitzhacke Dann hol meine Die liegt wahrscheinlich noch in der Grube drin Wahrscheinlich inzwischen auch nicht mehr Okay, dann weiß ich, dass hier Eisen ist Hier ist die Truhe, hier ist die Truhe Die Truhe oder eine Truhe Ne, hier ist nichts mehr Toll Habt vergessen, woher Boom Ah, ist das behindert Wieso hast du eigentlich den Stein mitgenommen, wenn ich mal fragen darf? Das war der einzige Stein, den wir haben Welchen Stein denn? Wo war das Stein im Inventar, Mann? Boah, ich hab jetzt einen Bogen, 64 Pfeile und einen Eisenschwert, glaub ich Zwei in der Truhe drin, warte mal Bleib mal hier Ja, dann gib her, ich hab noch volle Leben und volle Hungerleiste Dann gib her, ich hab alles voll Und mein Bogen wieder auch Ein Bogen, nicht mein Bogen Bei meiner ist er weg Das ist ein Steinschwert Ja, ich hab nur ein Eisenschwert Ja, aber ich hab volle Lebensenergie Kannst du mir doch auch gleich geben Okay, stimmt Du kannst besser kämpfen Bam Wieso hab ich nur 15 Pfeile? Das bringt doch vor gar nichts Warte Kannst du mir mal so die Hälfte vielleicht geben Ja, das reicht Ich brauch mal eine Schuhe Hast du Fackel noch? Ja Ich guck mir mal eine alten Ähm Eine Spitzhacke für das Eisen dahinten Ja Ist eine sehr gute Idee Wirklich Eine sehr gute Idee Kommt ja auch von mir Wo war, wo bist du denn hingelaufen überhaupt? Er war geradeaus durch So Da zur Seite oder was? Ähm So Ich hab ein Closedone-Dust Wir müssen unbedingt diese Scheiße hier abbauen Aber ich hab keine Spitzhacke Ich hab jetzt eine dabei Eine? Ja Hat die Zeitzöhn nicht mehr gereicht oder was? Weiß ich doch schon, aber Hab's vergessen Ich renn jetzt erstmal wieder durch Und probier Eisen zu holen Halleluja, Alter Schon gesagt, dass sie Creeper hasse Schon öfters, ja Hier sind kaum Sind gar keine Monster irgendwie Wir rushen einfach nachher einmal durch Ich bin gerade dabei Den Spawner hier zu sichern Irgendwie Krampfhaft Boah, Aua Fucking Skelette, ey Oh, Shit Kann noch nie angehen, ey War so kurz davor Ich hab erstmal 13 Eisenerze Ähm Was ist denn hier so viel? Oh toll, schon wieder fast tot Wo ist das Eisenschwert? Das versuche ich gerade einzusammeln Aber ich krieg's nicht hin Bleib mal da Ich brenn kurz das Eis Und mach schon mal einen Ofen am besten Aus was denn? Aus Stein Aus Koppel Ja, äh, schön Wenn wir welches hätten Wenn du das nicht mitgenommen hättest Dann baue ich halt hier was ab Oder ist das Mostone? Oh, nee, warte Hier ist Koppel Dann ist Mostone Ich hab Koppel schon Modstone Hab ich Kohle mitgebracht? Ja, hab ich sogar Also ich hab 13 Eisenerze Das sind, glaub, 26 oder so Aus einem wird zwei oder so, ne? Nein, seit wann Nicht? Achso Dachte ich immer Nein War noch nie so Dachte ich immer Hä? Hast du noch nie Eisen gebrannt, oder was? Doch schon, aber Es hat sich immer so ange Nicht gefühlt halt, dass Zwei da rauskommen Dachte ich immer Oh nee, da kommt noch eins raus Schade Pfff Ein richtiger Minecraft Profi So Das dauert erst mal ein bisschen Dachteil kann ich schon mal was essen Schon ne Pilzsuppe So Ist was Feines Hier hast du zwei Eisen Kannst du dir ein Schwert machen Da Und hier ist Sticks Ja, da Hast du den Bogen von mir eingesammelt Oder hast du dafür keine Zeit mehr gehabt? Weiß gar nicht, wo der war Ja, keine Ahnung Ich war irgendwie schon bei den Bei den Spawnern, aber irgendwie Wo sind die Sticks? Hast du die reingelagert? Ja Ein Nein, nein, neun, okay Mach ich mal ein paar Fackeln jetzt Da sind noch Fackeln drin 16 16 Das wird nicht reichen, ne Ich such mal nach den Nach der Truhe Ne, lieber nicht Alleine rein Meine ich Doch, ich bin Ich komm, ich komm, ich komm gleich Ich komm gleich Ich komm jetzt hinterher Okay Bomba Wir sollten uns erstmal auf die Spawner konzentrieren Weil sonst bringen das das alles nichts Ne, am besten eine Eisenspitzhacke mit Da geht's schneller Eisenspitzhacke? Ich hab keine Eisenspitzhacke Ja, mach dir eine Das genug Eisenspitzhacke Wo bist du denn überhaupt? Ich bin hier gleich schon unten Ich bin auf der Treppe gerade Okay Ich mach mal was Ich lauf durch Ich probier's Hast du was zu essen mit? Ja Äh Wir haben keine Sticks mehr Hier ist auch Eis Willst du auch eine Eisenspitzhacke haben? Ich kann zwei machen Wär gut, ja, aber Behalt die erstmal da oben im Dings Beide? Ne, also meine Behalt die oben erstmal Ja, okay Ja Weil ich hier gerade Willst du zum Russian bin Fuck, wo bin ich? Am Arsch Oh ja Wie ruhig das jetzt hier oben geworden ist Auf der Oberfläche, war? Ich hab den Raum gefunden Fett Rein Nehmen Und wieder raus Würde ich mal vorschlagen Du sagst mir jetzt Und du sagst mir jetzt Wo du das Eisen gefunden hast Einfach immer geradeaus durchlaufen Weil ich jetzt jede Menge davon abbauen möchte Was? Einfach geradeaus durchlaufen Einfach geradeaus Ist dann so ein Oh fuck, hier sind so viele Hier ist Kohle Gray wohl Ne, mal am besten Zwei Moment Kohle gefunden Fuck Hier kommen wir doch nie wieder raus Hä, wo soll das jetzt sein? Ich find das nicht Hier ist Mossdorn Jede Menge Ich war geradeaus durchlaufen Von der Treppe aus Geradeaus durchlaufen Aus einer Kiste Ja ja Da ist links Oh, da ist Eisen Oh, aua Und spinnen Ich wette hier ist ein Spawner drin Was machst du das? Fuck, ich bin in der Lava gefallen Willst du? Ich bin da fast schon Ich bin da am Anfang Jetzt komm da schnell hin Dann sammle ich meine Sachen ein Ich bin da ganz am Anfang Fuck Von der Höhle Ja Wenn, äh, da Wenn du von der Treppe kommst Rechts Ja Ich hab dann aber nicht so viel Eisen Jetzt mitgenommen Nur 13 Stück Egal, das reicht Oh, da bist du ja Ich hab dich gefunden Nimm die am besten mit schnell Ich sammle mal alle Sachen ein Das sind zwei Wolle Eisenschwer Wo sind das zwei Wolle? Ich hab hier keine Doch, zwei Gray wool Ja, ja Mach schnell, sonst Wo kommen die Kack-Gegner da hinten? Ist so rushen Ist doch das Beste, was es gibt Hallo, hast du alles? Hast du mein Eisenschwert? Ja Und sechs Eisenschwert Nee, Eisenschwert Du hast kein Eisenschwert gehabt hier Nicht? Nee, das war Stein Achso Hier ist was für Stein gewesen Bam Ja, scheiß drauf Wir haben genug Eisen Na ja Ich hab jetzt nur 17 mitbekommen Ja, 13 waren Also jetzt waren noch Glaub Und wir müssen noch Eisenblock machen Und dann müssen wir unsere gesamte Ausrüstung Aus Eisen machen Ja, ich hab noch die Kack-Gegner Jetzt Dominican 행